Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play ARX Revival aufs Viertes. Mich, Herr Töppi, war halt sein Töppi. Er lacht nur, da muss ich mit lachen. Rechheit. Doch, doch. Hast du deine Spitze heruntergezogen? Ja, das ist selbstverständlich. Der Witz war, Töppi hat mir gerade gesagt, sieh die Spitze herunter. Ich so, okay. So. Ja, nachdem die letzten beiden Folgen so hervorragend geklappt haben, versuchen wir heute mal zum Lutstrahl-Lampe vorzudringen. Genau, Lutstrahl-Lampe. Sollen wir in die selbe Richtung latschen wie eben? Genau, und auch ohne durch die Mitte zu rennen. Ja, ohne durch die Mitte, ja okay. Aber wir rennen direkt, also links von der Rampe runter, ne? Also wie eben, genau in dieselbe Position, okay. Machen wir, machen wir, machen wir. Machen wir. Erstmal rennen und dann hacken, ja? Hey, let's go. Jetzt mal gucken, wo die anderen Affen sind. Nein, die rennen alle zur Mitte, wunderbar. Nee, da rennt auch weiter runter. Oh, 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 oh. Boah, ich sehe alles doppelt, weil die irgendwie da drin glitscht. Äh, die sind da am hacken, das ist gefährlich. Ja. Lass lieber abbiegen. Geh mal her, lass lieber runter rennen zum Fluss und unten am Fluss rennen. Ja. Hast du, hast du eine Spitzhacke gebaut? Hab ich. Ich auch. Okay, ich lauf weiter. Lauf, 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 nicht stehen bleiben. Nee, ich hab kurz gelivellt beim Springen. Okay. Hier, drei, vier Steine. Komm, wir hacken jetzt hier. Wir machen hier auf jeden Fall Speer jetzt erstmal. Zack. Äh, was sind denn? Ich brauch Fetch, lol. Ich brauch Fetch, Fetch, Fetch. Hier ist Fetch. Bing, bing, bing. Oh, mehr. Zack. Hab ich gebaut. Zack. Bing, bing. Was fehlt denn jetzt, okay? Das kriegst du nicht. Alles klar. Einen hab ich, zwei hab ich, drei hab ich. Falls die jetzt runterkommen, damit wir wenigstens einigermaßen überleben. Okay. Ich hab alle drei gebaut. Wo bist du? Ich seh dich nicht. Bin hier drin wie in den Felsen. Also, du bist noch ein bisschen unterhalb. Okay. Ja, komm, dann geh mal quer. Ah, da hast du ja schon Anziehsachen gebaut. Kurz mal, ja. Ein Kleinschutz, wenigstens. Okay, mach ich auch gerade. Ich leg mich mal hin und baue mir die Anziehsachen. Ja, mach mal. Zack, zack, zack. Äh, Gewichtlevel, ding, 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 ding. Äh, wir sind Level 10, wir können einen Bogen bauen. Ja, hab ich schon. Also zumindest, ähm, Anja. Ich hab einen Bogen bauen, äh, hab einen Bogen gebaut. Pfeil hab ich schon gemacht. Pfeil hab ich auch gemacht. Ich werd schon beschossen. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Der andere kommt bestimmt hinterher. Oh, komm nochmal. Ich klemm hier fest. Jetzt. Ich lieg hier unten drunter, unterm Fels. Ich versteck mich da, wo der Typ, der kam. Da rennt er, ich seh ihn, glaub ich. Ich bin hinter dir, hättest du gerade gewesen? Der ist oben, der ist oben, oben ist er. Okay, der sticht mich hier. Jetzt hat er nichts mehr. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Den Schlag noch, der Mikdot. Der hat nix. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab die Sau. Da waren die beiden gerade von neben. Ich muss kurz, äh. Ich boche auch, ich boche auch. Okay. Okay, lass gucken, was er haben. Fleisch haben sie. David. Zack, zack, ich nehm die Scheiße mit, was er haben so. Pfeile. Ähm. Zack, zack, zack. So. Ach, Flint hat mir gefehlt. Okay, ich geh hoch gucken. Da liegt nämlich der andere. Dreck, zack. Der hat, äh, wo hast du? Pfeile oder sowas? Das hat der hier. Pfeile, wo ich denke, ja. Äh, nein, nicht Pfeile, ich mein Speere. Entschuldigung. Pfeile, wo ich eigentlich nur zwei, ja. Brauchste zwei, ja. Liegen überall drin, in den Typen drinne. Ja, ja, hab ich. Hab ich. Hast du, so, ich brauch jetzt den dritten Bogen und ein paar Pfeile. Die Bären, ne? Dann, ja, vorankomme. So, zack, brauche ich noch mehr. Okay, sehr schön. Weg. Gut gemacht, Helmy, gut gemacht. Warte, gut gemacht. Ich hab grad so überlebt. Zack, 27. Bing, bing, bing. Hatsch. Okay, dann bleiben wir jetzt hier erstmal und hacken ein bisschen, ne? Bisschen Material. Ich brauch Pfeile. Pfeile fehlt mir Flint, okay? Jürgen hab ich jetzt alle. Ich hab 17 Pfeile, 17 Betäubungspfeile. Okay. Ich hab noch nicht so viel, ich hab noch mal 15 Pfeile. Okay, drop, drop, drop. Äh, die nehm ich hier runter, zack. Okay, bing, bing, bing. So, okay, sollen wir weiter? Zu unseren Luftstrahlen. So, ne? Na komm, geh mal. Die richtige Richtung, ja. Ja, die richtige Richtung ist richtig. Äh, noch ein bisschen näher zum Fluss, dann können wir den Fluss beobachten, hier an der Kante. Ja, ich mach kurz mal noch ein paar Pfeile nebenbei. Also nicht mal damit langsam. Uh, okay. Lutstrahl, äh, Strahl? Ja, ich seh schon, Tracker. Tracker, ja. Ich seh, ein Tracker bist du. Hinter uns noch ein Tracker, das sind die Toten, glaub ich. Die bewegen sich nicht. Okay, sonst seh ich keinen. Ich seh doch in die Richtung, ne, dass unser Lutstrahl kommen. Ah, hier, komm, 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 komm. Ja, komm mal. Erscheine, hey, Mann. Hui. Bist du da? Ja, bin da. Oh, ich will nicht in die Schießen. Alles klar. Ah, toll. Piegen. Piegen, piegen weg, ist nur eine. Ja, ja, äh, dude. Ich hab auch wieder ordentlich Leben, also keine Angst. Okay, dann komm. Go, go, go. Ja, bloß mal kurz die Team mitnehmen. Okay. Okay. Da ist nämlich kein Strahl, das heißt, der ist uns, wenn er jetzt nicht weggeht. Der ist gerade gelandet. Der hat nämlich gerade kurz geblinkt. Äh, ich seh einen Raptor unten am Strand. Zwölf Betäubungsfälle oder 13. Ja, zwölf. Ein Raptor mindestens, ne, zwei Raptoren. Ich guck mich schon mal um. Ne, keine Strahlen. Da im Tal ist ein Strahl. Links sind... Oh, 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 oh. Wir müssen es beeilen. Ja. Ekeile. Oh, Stamina ist am Arsch. Mir auch. Da ist der Raptor. Ich leg mich mal kurz... Der Raptor kommt, glaub ich, ne? Ich kann nicht weglaufen von dem Raptor. Ich muss ihn leider erschießen. Ich hab einen falschen... ...falschen Pfeil genommen. Ja, scheiße. Okay. Echt? Ja, besser wie ich tot. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, weiter. Weiter, weiter, weiter. Hier muss noch einer sein. Der hat nicht überlebt. Ich schätze mal, der hat nicht überlebt. Hast du den zerhackt, den Raptor? Zufällig? Nicht, warte mal. Boah, ich muss mich mal kurz hinlegen, damit er verdammte Zeug regeneriert. Da ist der Raptor. Der rennt in deine Richtung. Ich glaub, ich hab einen gegeben. Die sind mit dem richtigen Pfeil. Treffen nicht. Er hat sich da. Schrappen. Sehr schön. Wahrscheinlich. Zeug rein, zack, Zeug rein. Okay, okay, okay. Achso, willst du ihn zacken? Ja, na klar. Okay, zack. Bisschen heiz. Bisschen heiz. Siehst du den Strahl noch? Oh, ich seh keinen Strahl. Ich renne zum Strahl. Wie ein Dover. Bleib du mal da. Ja, mach mal. Ansonsten renne ich halt weg. Nee, nee, komm mit. Ach so. Los gucken, das ist ja Raptor. Das ist zurück drin in Raptor. Mach mal kurz hier ein paar Fliegen weg. Ding, ding, ding. Crafting Klamotten. Ich kann mich schon alles bauen. Ich baue mir jetzt erst meine Sachen. Anzieh, Sachen, Brust, Dinge zum... Ja, ausziehen, ausziehen, ausziehen. Ausziehen. Zack, zack, zack. Okay, habe ich gebaut. Hab ich wo? Ich bin immer noch im Weg oben. Jetzt glaube ich wieder. Nee, Wasserbeutel habe ich noch nicht. Bin gleich oben. Verdammt. Und der Hacke. Oh man. Mann, scheiße hier mit der Lauferei. Spring. Willst du im Strahl springen? Jetzt bin ich da. Geht mir denn jetzt hier noch. Okay, super. Zack, zack. Zack, 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 zack. Okay. Okay. Komm gleich, sobald der Raptor steht. Ich komm runter. Ach so, okay. Ach, der Raptor, der... Was ist denn ein Raptor? Zack, füttern eigentlich. Warte mal 50 Leben. Dann fütter ihn doch. Warte, bis er noch einmal gefressen hat. Und dann fütterst ihn. In dem Moment. Ich sehe... Zwei Raptoren auf der anderen Seite. Ach, der steht gleich auf. Eigentlich Jagdvieh. Und andererseits sind jede Menge Leute auf der anderen Seite. Siehst du das? Bei mir rechts, ja. Über dem Fluss. Sind jede Menge Leute. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Sechs, sieben. Ach du Scheiße. Wenn wir noch einen Raptor kriegen von der anderen Seite, könnten wir jagen gehen. Bin da bei dir. Bin du ein bisschen nackt? Nee, ne? Nee, bin ich nicht, oder? Nee. So, ich leg mich mal gerade in den Gewürsch. Ich ziehe mir mal Klamotten an. Zack, zack. Zack, äh... Zack. Ihr habt doch es da, wir könnten los. Hier, ich habe dir eine Brust gedroppt. Ich habe alles. Nein, hast du nicht. Hol dir die Brust. Komm doch alles an. Komm her, Mann. Ach hier, alles klar. Das macht doch schon die Brust, Mann. Komm, komm mit. Oh, ich habe wenig Pfeile. Wir brauchen noch ein bisschen Pfeile. Ja, wir gehen über den Fluss und dann gehen wir da hoch. Ja. Versuchen wir die Raptoren noch zu kriegen. 20 Pfeile, Harik. Ich auch. So, sonst, ich fahre, das reicht nicht. Jetzt müssen wir noch über den Fluss kommen. Wo ist der Raptor? Komm her. Passiv. Äh, komm mal mit, Raptor. Nein, nein, komm, 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 komm. Hier rüber und passiv. Komm, wir müssen rüber, sonst... Ah, du wüsstest schon. Unten. Okay. Da drüben ist noch ein Spiraptor, genau. Brauch Wasser? Ich gehe jetzt da rein. Ich sehe nichts. Die Folgen fliegen. Fliegen ist mir egal. Nein, ich muss die Feuer fertig machen. Ach so, okay. Ja, sonst verfolgen sie mich im Wasser, weil das ist natürlich doof mit töten. Im Wasser können die do ja nix. Oh, 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 Pfeile haben. Piranhas war natürlich klar. Oh, Pfeile haben. Ach, Raptors down, super. Alle Piranhas auch down. Okay, komm mal, da sind aber noch, da ist noch zwei Raptoren, sind da noch, ich hab 15 Pfeile. Verdammt. Der hat noch ein bisschen was an Leben hier, der Piranha. Ich hab hier auch noch einen beim Wickel. Ich kann, komm, komm, komm. Ja, ja, ich komm. Den hab ich. Okay, bin da. Okay, hier durch. Betäubungspfeile, Betäubungspfeile. Wir sehen die Raptoren. Da steht der, der braune, genau. Da hinten ist noch ein Kano, zwei Kano, sehe ich hier. Ja, aber dann können wir die Jagd vergessen. Ja. Welche Level hat der? Alles klar. Der liegt. Alles klar. Versuchen wir mal den anderen noch zu holen. Man sieht so dicht dran, dass er vielleicht ankommt. Oh, eins. Samina vorbei. Ist er weg? Okay, der scheint niedrig levelt zu sein. Du hast, haufeins fliegen hinter dir her. Ja, sehe ich gerade. So eigentlich sind es nur zwei fliegen. Und bei Ameisen. Ach, scheiße. Ich hab keinen Speer. Der Kano kommt, pass auf. Der hat uns hier sehen, der Kano. Ja, jetzt müssen wir. Eins. Zwei. Drei. Level 5 ist der. Der müsste jetzt fallen. Der fällt. Okay, wunderbar. Da sind die Fliegen, die müssen wir wegmachen. Ich kann die Fliegen nicht wegmachen. Ja, ich mach, ich mach, ich mach. Ich hab noch mehrere Pfeile, äh, Speere. Eins, zwei, drei. Ich brauch Wasser. Dringend brauch ich Wasser. Ja. Ich renne zum Wasser. Liegen sind down. Okay. Da fliegt einer mit einem Fallschirm, äh, links, von wo wir herkommen sind. Da fliegt einer mit einem Fallschirm rüber. Oh, ist da. Da auf der Seite, wo wir gerade waren. Da, wo wir gerade herkommen sind. Ach, da rennt er. Okay. Ja, nützt uns nichts. Wir haben ja nichts mehr. Ja. Da kommt noch ein Skorpion. Ja, Sieg. Betäuben, töten. Betäuben. Bin da mal. Eins. Eins. Zwei. Zwei. Wie viel Level hat er denn? Sieben. Auf weg. Der liegt, der liegt, der liegt. Zack. Ich hab sieben verfaultes Fleisch, ist gut. Der wollte bestimmt zu den Lutstrahl, schätze ich mal, der Typ. Wahrscheinlich. Wir brauchen irgendwie Prime-Fleisch. Hier rennt noch ein, ähm, Skorpion rum. Prime-Fleisch? Nee, lass hin. Okay, dann muss ich. Weiß nicht. Ja. Das ist Level 1, was tut. Okay. Wir brauchen irgendwas, äh, irgendwas, irgendwas richtiges hier. Das ist noch ein Raptor. Ja, das ist auch noch ein Kanu. Ich weiß. Ich muss kurz. Dann, nochmal. Ich komme zu dir. Achso. Okay. Ich hab keine Stimme. Scheiße. Okay. Sechs Betäubungspfeiler haben wir. Könnte reichen für den Kanu. Ja, aber läuft fake, der Idiot. Weil liegt ein tote Trike schon. Könnten wir dann holen. Jetzt kommt der Kanu. Level 1. Was? Der liegt. Gleich. Der liegt. So, und jetzt? Da ist noch ein Raptor. Ich hab keine Pfeile mehr. Eins. Eins. Ich hab da noch Schmerzen. Der hat Level 20. Den muss ich killen. Ja. Okay. Ach, schade. Ja, Alter. Entschuldigung, aber ich muss den killen. Ja, ja, Alter, gut. So, ich versuche den Primes rauszukriegen. Kommt nix. Ich hasse es. Ich kann keinen Primer mehr. Ich hab keinen Speer. Ein Primer. Ich hab keinen Primer gekriegt. Ein Prime. Ein einziges. Es ist kalt. Ich hab hier noch einen Triki. Alter. Ich hab keine Blutspuren, seh ich nicht. Hä? Ist egal. Hol das Zeug raus und schmeiß es da rein. Zack. Zack. Nicht einen Primer hat er gekriegt. Nicht einen Prime. So, ich mach Lagerfeuer. Sonst gehen wir hier kaputt. Ja, mach mal auf. Zwei direkt hier. Zack, zack, zack. Oh, Mann. Unser Raptor steht. Komm zurück an das Lagerfeuer. Damit du wieder verreckst hier. So viel Leben verlierst. Ich verrecke, weil ich Hunger habe wahrscheinlich. Hier. Hunger hast du. Pass mal auf. Zack. Drop da. Zack. Da hast du Hunger. Hunger. Hunger, sagt er, Alter. Hier. Reicht nicht. Ich muss noch ein Lagerfeuer machen. Geht nicht. Ich hab ein Zeug für nur ein Lagerfeuer. Moment mal. Warte mal. Ähm. Endurance. Hier. Bitte schön, Fleisch. Curry. Warte mal. Hier, zack. Pfeift dir das rein. Die Suppe. Hinter dir. Ja. Okay. Unser Raptor steht, wie schon gesagt. Ja, ist schön für unsere Raptor, aber. Wir brauchen mal noch Fleisch. Scheiße, da drüben ist ein... Hier rechts am Fluss lang ist ein... Ego. Mir ist jetzt kalt anstatt heiß. Lol. Okay, also mir ist jetzt ganz gut, ähm... Wohl bemerkt. Also Hitze oder Käfer gar nicht mehr. Die stehen schon beide. Ich hol die beide rüber. Komm mal den, ähm... den Stego noch. Ja, Stego-Hike angehettet. Sollte kommen. Ja, auf der anderen Flussseite. Ich brauch schon wieder was. Boah, so ein Extremier. Da vorne rennt ein Feind, äh, bei unserem Raptor. Da. Wo der Raptor lag. Und, äh, der kämpft mit unserem Skabrion und Raptor. Was, bin ich doch, Ochse. Achso. Ich dachte, du sitzt auf dem Kano, Entschuldigung. Aber er zeigt den Stego nicht beachtet, super. Ich hab deine Schrift nicht gesehen. Jetzt hab ich auch keine... Danke. Ey. So ein Schreck. Ich dachte, du sitzt auf dem Kano und hab immer am Feuer eben raus. Eben. Ja, ja. Natürlich. Ach, Mann. Ne, weil die Typen auf der anderen Seite sein müssen, irgendwo der andere. Ja, so, wir brauchen hier... Hast du... Oh, hast du alles weg? Okay. Geh in den Kano reinlegen. Damit da auch noch aufstehen. Ne, geh mir die Typen jagen. Wo ist denn der Kano? Am Strand, wo eben der Lager... Hier, komm mit, komm mit, wo eben der Böse war, der den Raptor da gewesen ist. Ja, du warst dann. Ja, ich hab' nicht gesehen aus der Ferne, ich hab' deine Schrift nicht gesehen, deswegen... Ja, okay, kein Problem. Ja, ich muss ein paar... Okay, der ist instant aufgestanden. Oh, der ist ein Pfeiler hier. Ja, gut, okay, ähm, Pfeiler wollte ich nicht. Geht der andere Kano da hinten noch? Was für'n andere Kano? Ne, der hab' ich schlägst mitgenommen, oder nicht? Hä? Nö, der steht hier, am Strand. Woll, warum steht der Depp da? Feg mir nicht, ich hab' mir pfiffen, wir kommen mal zu dir. Okay. Hey, wo finden wir die Typen jetzt, ist die gute Frage. Naja, jetzt brauchen wir fast ja nicht mehr so rum. Okay, da willst du Sinn machen. Der Lutstrahl kommt runter, eventuell ist der Typ bei dem Lutstrahl. Meinst du? Ich weiß nicht. Aber kann ich mir gut vorstellen. Ähm... Hier drüben wird's immer kalt und warm. Hier wird immer kalt und warm. Ich brauch' Pfeiler. Nein. Ähm, sechs. Zack. Abzapfen, ähm, sechs, sechs. Ich brauch' dir... Ja, Holz, mir fehlt nicht. Und mir fehlt'n Speer, mir fehlt auch noch Holz. Ja. Speerebruch, drei Stück. Bang, bang, bang. Ach, muss das regeln, oder? Es ist gut, es regnet, finde ich ganz gut. Ja, finde ich auch gut, aber dann könnte ich mein Zeug auffüllen. Warum, Jungs? So, nochmal ihn abzapfen schnell, oder? Der Raptor, den können wir leveln. Hier, bing, 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 damage. Also, ich bin trotzdem dafür, dass wir auf Jagd gehen. Ja. So, nochmal ihn abzapfen schnell, oder? Weil... Können wir machen, oder? Okay, so, dann nimm dir mal hier Ihn Raptor, äh, Ihn Kano noch mit. Ja, Lena. Den Einsatz. Okay. Wir gehen mal gucken, was die Typen sind, oder? Also, zum Lutz schreibst du nicht? Weiß nicht, Alter, ich kann zum Lutz strahlen. Wenn du willst, da kommt, kommt Action. Wir müssen. Wer kommt jetzt runter? Da oben, oder? Ich kann nicht dran an die scheiß Fliege. Wer kommt jetzt runter? Der Lutzschreit kommt jetzt runter, ja. Ja. Ich glaube, der Typ wird da hinlufen. Kannst natürlich nicht sagen, ob das stimmt. Ja. Dann ab dafür. Geh rüber, geh rüber, geh rüber. Ich komm, pass auf, ich komm in Windeseile. Gibt's da ja nicht, zack, zack. Boah, die sind so lahm im Wasser, die so blöden Kanussen. Und das wird schon angefressen. Nein. Fress die Viecher auf. Oh, jetzt. Kannst sie doch fressen. Dann raus, Mann. War enger jetzt. Ich bin gespannt, ob der Lutzschauer noch da ist. Noch ist er da. Okay, go, go, go. Hängt da noch? Nehme. Ich bin oben. Guck. Ich sehe nix. Guck rein. Der ist, der wurde gelootet. Dann war der doch hier, siehst du. Siehst du? So, dann lass. Sollen wir die jetzt jagen gehen oder nicht? Suchen, wo die sind. Weil die sind jetzt in Ruhe Zeug im aufbauen. Und wir haben noch Zeit, die zu finden. Wenn wir die finden, können wir sie platt machen. Da ist, wo sie sind, ne? Ja. Die werden hier irgendwo wahrscheinlich in den Wald verschwunden sein. Ja, da hinten. Im Fluss. Ich weiß. Da wird Eisen gibt. Was gucken. Ist egal. Wann haben wir da zu verlieren? Wo bist du? Bist du runter? Ich bin schon wieder am Fluss. Ah, er kommt da. Ja, aber da ist komplett falsche Richtung. Ah, verdammt. Wann ist komplett falsche Richtung? Wenn du da über den Fluss wirst, dann rennen wir weiter wieder weg. Anstatt, ähm. Ja, das ist doch scheißegal. Oh, oh. Ist gefährlich da. Ist der mein Kahn oder? Hallo. Rapptischchen, der hat schon ganz schön gelitten. Da muss man da hochpumpen. Ich hab die gerade erledigt, die ganzen Viecher, die da drin waren. Hast du dir mal was abgezapft? Oh je. Hast du dir mal einen abgezapft? Hattig, ja. Drei, vier Fluss. Linksbeutel hab ich. Ähm. Den Kanu. Oh, den Kanu auch ein bisschen hochheilen. Bing, 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 bing. Er hat 400 Leben. Okay, komm, hüpfen, rüber. Go, go, go. Gehen wir mal suchen. Werden doch finden. Da waren so viele Leute. Irgendwen werden wir da finden. Und dann hätten wir die ganzen Viecher auf den Hals und dann schnappen wir uns die Knarren. Das ist der Plan. Das ist der Plan, okay. Geh mal schnell noch. Ich geh mal schnell da hinten rüber und hol die, die, äh. Weiß, ja. Ja, okay. Die Kotelitze. Ja, mach mal. Die Kotelitze. Kotelitze. Dann fülle ich mal schnell meinen Krader noch hoch. Zack. Kotelitze. 30 Kotelitze. Prima. Wunderbar. Weiter geht's. Eisen. Eisen. Eisen brauchen wir an und für sich nur 12. Ne. Wenn wir welches brauchen. Hier. Drop. Weg damit. Weg damit. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. So Leute. Das Ende der heutigen Folge ist erreicht. Ich hoffe ihr hattet Spaß. Morgen geht's natürlich spannend weiter. Wenn's euch gefallen hat, gebt bitte einen Daumen nach oben. Wir sehen uns. Habe die Erde. Tschüss.